Das ist sie, die bekannte Petersthaler Darstellung von Jesus auf dem Palmesel. Geschnitzt um etwa 1310 ist der hölzerne Palmesel vermutlich der älteste dieser Art in ganz Deutschland. Wie durch ein kleines Wunder steht er heute noch in der frisch renovierten Barockkirche von Petersthal. Doch das ist erst seit 1957 wieder so. Zwischenzeitlich, so weiß der örtliche Pfarrer, war die Plastik auf Dachböden und in Museen gelagert. Ursprünglich im Mittelalter war der Palmesel aber vor Ort im Einsatz. Das war natürlich damals auch eben ein Brauch, am Palmsonntag eine Prozession zu machen, in der auch ein Esel mitgeführt wurde. Da gab es wohl verschiedene Varianten. Da gab es die Variante, dass ein Pfarrer auf einem Esel quasi reitet, so wie Jesus beim Einzug in Jerusalem. Und man hat es aber auch so gemacht, dass man dann hölzerne Esel mit einer Jesusfigur drauf in der Prozession mitgezogen hat. Und das entsprach so der bunten mittelalterlichen Frömmigkeit. Das ist dann in der Aufklärung wohl einer gewissen Nüchternheit gewichen. Und dann waren solche Dinge dann plötzlich nicht mehr gefragt. Auch wenn das hölzerne Kunstwerk seit der Rückkehr nach Petersthal nicht mehr bei der Prozession mitgezogen wurde, wird es doch jedes Jahr vor Palmsonntag aus der Ecke geholt und geschmückt. Der Erhalt der bäuerlichen Schnitzkunst ist nach über 700 Jahren wirklich erstaunlich. Ganz besonders ist tatsächlich, dass es die originale Farbgebung ist. Das war natürlich eine Entscheidung der Restauratoren, da jetzt nicht alles drüber zu streichen, sondern bei der Behandlung ist die originale Farbfassung zutage getreten. Und die hat man auch erhalten und nicht nachgearbeitet. Man hat einige Details, die verloren gegangen sind. Die hat man ersetzt, aber auf eine Weise, dass eben erkennbar ist, dass sie eigentlich nur ein Ersatz sein sollen, dass sie das nur vervollständigen sollen, damit wir wirklich eine Vorstellung haben. Wie das komplett ausgesehen hat. Aber man kann die Ohren, das sind eben moderne, die kann man da auch rausnehmen. Und die sind nicht farblich gestaltet oder angepasst. Eine weitere Besonderheit ist der proportional überlange Körper des Esels. Schon so mancher Ministrant soll den Platz einst für einen kleinen Ritt genutzt haben. Im Mittelpunkt stand und steht im Petersthal aber natürlich immer die Feier des Palmsonntags selbst. Mit der Überlieferung der Prophezeiung. Das war dieser Einzug dann nach Jerusalem. Jesus mit seinen Jüngern und die Menschen, die ihn kannten und die sich über diesen Einzug gefreut haben, die standen am Wegesrand mit Palmzweigen, haben teilweise Palmzweige auf die Straße gelegt, haben ihre Gewänder auf die Straße gelegt, damit Jesus da mit dem Esel drüber reiten kann. Ja, und das ist natürlich ein Zeichen, auf einem Esel zu reiten, weil die großen Herrscher ritten auf prächtigen Rössern und auf einem Esel einen Einzug zu machen. Das ist einfach ein Zeichen auch der Demut. Und so wurde das über die Jahrhunderte dann auch eben in der Kirche aufgenommen und verstanden. Die Botschaft von Jesu auf dem Esel ist deutlich. Die Kirche ist bereit für den Präsenzgottesdienst an Palmsonntag. Und auch der berühmte historische Petersthaler Palmesel erwarte die Gläubigen. Hier in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Peterstal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017